Sport1 trifft ihn. Dirk Nowitzki, eine deutsche Basketball-Legende. Der Würzburger spricht im Sport1-Interview vor dem NBA-Auftakt mit den Dallas Mavericks über Titel, Tochter und das neue deutsche Talent Dennis Schröder. Jetzt bin ich der Alte und der Dennis ist der Neue, der jetzt reinkommt. Aber er ist wirklich schon ein Top-Spieler. Die Spielübersicht, mit der er schon spielt, mit 20, ist schon Wahnsinn. Er hat mich beeindruckt. Ich glaube, er wird eine lange Karriere in der Liga haben. Ich glaube, die letzten zwei Jahre waren ein bisschen enttäuschend. Das Jahr nach der Meisterschaft, die Streiksaison, war nur ein paar wenige Spiele. Knie schon angefangen, Probleme zu machen, Schwellung im Knie gehabt für die ersten Monate. Und dann letztes Jahr eben dann OP leider. Dann war ich fast 30 Spiele raus. Ich meine, man kann den Titel nicht holen, ohne erstmal in die Playoffs zu kommen. Von daher ist es natürlich erstmal der erste Schritt. Miami hat jetzt gezeigt, back to back, dass sie die beste Mannschaft haben. Haben sich auch wieder weiter verbessert dieses Jahr. Interessant sein im Osten mit natürlich Chicago. mit Daryl Gross gesund zurück. Und die Indianer ist für mich eine tolle Mannschaft. Jetzt haben sie noch einen Skola geholt. Im Westen muss man mal sehen, wie es läuft. Der FC Aston Antonio hat letztes Jahr im Westen gewonnen. Die werden wieder oben mitspielen. Ich glaube, beim Thunder kommt ein bisschen darauf an, wie der Westbrook sich zeigt, ob er fit ist. Wenn er fit ist, sind sie für mich wahrscheinlich wieder Top-Favorit im Westen. Ich habe die ersten paar Nächte auch im Krankenhaus geschlafen. Von daher war es ein toller Sommer. Es war echt ein Riesenerlebnis. Ich war auch im Kreißsaal dabei, als wir sie bekommen haben. Von daher war es ein toller Sommer. Es macht richtig viel Spaß. Aber jetzt will ich mich natürlich wieder auf die NBA konzentrieren. Und die startet gleich mit der Partie gegen Dennis Schröder und den Atlanta Hawks. Das Duell der Deutschen sehen Sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 1.30 Uhr auf Sport1 US.